hallo und herzlich willkommen es ist jetzt wo ich das erste video gedreht hat was 10 uhr 48 jetzt habe ich mich fertig gemacht sie vielleicht immer noch so aus bindet und bindet aber nicht die seh es hier dass ich ein pickel habe und vorher waren dann haben und meine haare waren ganz strubbelig da soll es in dem video nicht gehen sondern warum ich keine videos gebracht habe ja meine mathe prüfung war sehr schwer ich musste üben ja und ihr könnt es verstehen dass ich standard keine videos drehen kann und ja das bezüglich konnte ich auch nicht die bundesliga tipps hochladen die 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 werden vermutlich aufbatt kommen meine bundesliga tipps ich war ja ich war ja heute kommt heute fängt sogar alles so an ja die feierlichkeiten sind jetzt sie sind ab jetzt schon schon länger her die wenn das eine video copyright geschützt ist und dass da das andere nicht am aia ist mir das bewusst und ich würde sagen schau